Hey meine einzigartigen Fazio und Willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Luki Reze. Heute mit einem einzigartigen Gast einer Legende, dem Mega-Nerd. Kommt da noch jemand? Ja, ja. Wolltest du gerade sagen. Ja, ich bin gestolpert. Ich bin wieder am Anfang. Seit wann machst du mir solche netten Komplimente, die erstunken und erlogen sind? Seitdem ich dich dann gleich in der Teamrunde töte. Hey du. Ja, genau du. Ist der gerade warm oder kalt? Oder ist der langweilig? Dann schau doch einfach mal bei glp.tv slash shop rein. Denn da gibt es ab heute zwei neue tolle Motive. Zum Beispiel das allererste glp.tv-Design. Oder falls ihr mich als süßen Fratz sehen wollt, das da. Und ja, bei jedem Artikel ist auch noch ein von mir unterschriebenes Autogramm dabei. Viel Spaß. Hey, ich habe hier einen Sprung am Anfang. Yo, danke schön fürs Zurückbacken. Geil, Alter. Ja. Also, bei mir lief es auch gut. Ich bin gerade einfach runtergejumpft, weil ich mir dachte, nee, komm. Oh, cool, Alter. Verabsicht. Vielleicht habe ich diesen Jump endlich mal geschafft. Ich gehe auf keine Kuhhaut hier. Ich habe schon ein paar Dier-Sachen. Ich bin schon fast voll Dier. Ah ja, du bist der Mega-Nerd. Ich bin richtig weit hinten. Ja, ja, genau. Ich auch. Ich auch. Aber weißt du, die letzten werden die ersten sein. Das stimmt. Komm. Ach, komm. Ja, komm. W-w-wurrige? Mann, ich hasse das. Weißt du, da kommen irgendwelche... Jo. Wow. Irgendwelche Mollucks. Oh, hallo, glückliche Kuh. Und dann schutzt man die auszusehen runter, weil die scheiße sind. Oh, ich habe Giftsterne. Oh, scheiße. Ich habe auch Sterne. Nein, der Pokéball ist runtergefallen, würde ich gerade sagen. Der Goldapfel. Oh, geh mal hier. Oh nein. Ach, hier kann man hoch... Ach, hier kann mich schon runter... Kannst du mir die anderen Goldäpfel gleich schenken? Ja. Ja, cool. Hast du schon tolle Items? Ich habe viel Gier-Kram, ne? Zwar noch kein Schwert, aber der Stüssel... Ein Schwert brauchen wir auch nicht. Ich habe gar nicht vor, zu kämpfen. Nein, das wusste ich nicht. Was denn? Dass da ein Sprung kommt, so ein Sprungfels. Ach so, ja, so ein Sprungfels. Hier ist ein Paluten. Hallo, Pidisu. Ach, ein Klon von dir? Ja. Ja, das kenne ich. Der hat nicht mit mir geredet, der Arrogante. Ja, der ist auch abgehoben. Mein Klon ist richtig abgehoben. Ja, ich habe Puffy bekommen. Puffy. Ja, Puffy. Wo ist Edgar? Einen gibt es auch, ne? Echt? Stimmt, ja. So ein paar Edgas. Schon bei dir im Part gesehen? Ja, ich habe ein kurzer Gedächtnis. Was ist denn mit diesen blöden Tannenzapfen los? Was ist denn das? Sorry. Wie weit bist du? Ich bin vor dir. Ja. Ich bin einfach, ich verstehe gar nicht, weshalb die schon so alle Bananas abgehen. Hä? Nice. Wir haben einen Konkurrenten weniger. Dann hat er das Spiel verlassen. So, jetzt muss ich mich mal hier ein bisschen konzentrieren. Alter. Kann nicht wahr sein. Aber ich habe ziemlich nice Items, muss ich sagen. Also, ich habe jetzt auch endlich das Dia-Schwert. Noch ein Dia-Schwert. Lol. Ich habe schon dreimal Sterne bekommen. Du bist ein Glücksbringer. Ja, ich bin nicht umsonst. Oh, wer bist du denn? Mal da so wegkommst. Und ein Bonusherz. Bonusherz sind eigentlich auch ziemlich nice. Aber wenn man einmal stirbt, sind die ja irgendwie weg, oder? Ernsthaft? Ich glaube schon, ja. Oh, jetzt habe ich noch ein paar Heiltränke. Oh, jetzt habe ich auch ein Bonusherz bekommen. Kleiner Mini-Zombie. Mal da so wegkommst. Jetzt gehen wir nicht auf den Keks. Ich habe einmal deinen Lucky Block Part gesehen, wo du die ersten 10 Minuten damit verbracht hast, irgendeinen komischen Zombie von A nach B zu schieben. Ja, hat Spaß gemacht. Das war ein Classical Manual, Alter. Ja, ich wollte halt gucken, was das bringt. Und jetzt ist hier schon wieder so ein Moloch, Alter. Ja, und hier ist die Lücke. Okay, Obama. Danke. Oh, ich habe nochmal so Giftsterne. Hä, es geht los? Was? Ja, ich habe gar nichts. Hey, bei mir. Doch, hat das Ziel erreicht. Ey, ja. Alter, da muss ich mich aber ganz schnell irgendwie anziehen. Ja, ich auch. Ich habe gar keine Rüstung, Alter. Ja, warte, ich kann dir was geben. Wo bist du? Ich habe keine Diawaffe bekommen. Äh, Meganerd, wo bist du? Ich bin mittig. Ja, ich werde hier von zwei... Von zwei... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Meganerd, wo bist du? Oh Gott, ich werde geschnäselt. Hör auf mir. Ich sehe dich nicht. Leander, ich gehe in die Mitte. Ich bin direkt in der Mitte. Da bist du auch nicht. Oh, Alter. Da bist du. Ich sehe dich. Wo denn? Warte, hinter die Hinterdämmel. Ich habe ihn weggeschopst. Ich schopse ihn zu dir. Aber nein. Ich habe noch zwei Herzen. Schlag ihn. Ein Herz. Ja, ja. Wenn du sagst, du hast ihn weggeschlagen, dann drehe ich mich um. Und dann kriege ich nur aufs Mul. Fuck. Wo bist du? Ich sehe dich, ich sehe dich. Ich bin gleich tot. Ja, ich habe ihn weggeschlagen. Alter, du Maschine. Ich habe ihn tatsächlich weggeschlagen. Warte, ich zünde die an. Ich habe ihn, ich habe ihn. Nice. Geh auf ihn, geh auf ihn. In die Ecke. Schwung in die Ecke. Schwung in die Ecke, Mann. Wir brauchen mal eine Sekunde. Oh, das tickt auch. Oh, das hat mich gerade fast gekillt. Ich muss mal kurz weg. Komm, komm, komm. Vorsicht, hinter dir ist einer. Ja. Ich bin der Letzte, der hinter dir ist. Ich habe mich, ich habe mich. Ich habe gleich alle. Vorsicht, nicht, dass du ihn niemand anders packen soll. Oh, punch ich den noch nach vorne. Das ist doch nicht wahr. Junge, bleib doch mal stehen. Was bringen die eigentlich? Ich verstehe überhaupt nicht, was die... Warte mal, ich müsste... Damit hast du mich eben das eine mal getroffen. Er ist tot. Ja, nice. Dann lass uns jetzt kurz mal treffen. Okay, okay, komm hier hin. Komm hier hin, bitte. Ich bin doch hier. Komm hier rein in meinen Garten. Komm hier zu mir. Komm hier, komm hier. Gib mir bitte ein Schwert. Ja, habe ich hier. Alter. Ich brauche eine Hose. Ganz dringend. Ich habe keine Hose. Ich habe einen Diabrustpanzer. Und ich habe einen Diamantblock für dich. Oh, ich habe auch einen Diamantblock gehabt. Hast du eine Workbench? Ja, ich habe eine Werkbank. Hier, hier, hier. Hier, mach, mach. Habe ich den gestellt. Ach, da. Ah, ich hatte auch eine. Nice. Eine Hose fehlt mir. Brauchst du auch noch was? Ne, ne, ich habe alles. Alter, wie geil, Digga. Hier nimm. Alter. Was denn? Alter, Digga. Ja, das war's. Was will ich mit einer DIR-Spitz-Arke, Mann? Keine Ahnung, Alter. Das werde ich mal weg. Bist du betrunken? Ja, nimm mal hier das. Ich habe richtig gesoffen. Oh, ich habe einen Lucky Potion. Und hier. Nimm ihn. Ich habe einen Puffy. Oh, dann gib. Ich will auch einen. Ich glaube, da wollen wir... Gib mir doch Puffy. Achso, hier. Danke. Okay. Wollen wir auf die drupp? Ja, lass einfach drupp. Okay. Ich habe auch noch ganz viele Ninja-Sterne. Mhm. Ja, bloß nicht auf mich werfen. Oh, die haben auf jeden Fall schon jemanden komplett getötet. Die haben so ein bisschen aussortiert. Warte, da vorne links, links, links. Komm mit. Bist du hinter mir? Nee, nee. Boah, bist du weit weg? Alter. Alter. Okay, okay. Ich bin da. Ja, dann lass uns den hier. Andere Seite. Okay. Kannst du mich boosten? Nee, ich bin weiter weg. Du bist ziemlich schnell. Oh, oh, oh. Warte, warte. Ich renne die mir hinterher. Hey, was? Wie hat der denn gelegt? Vorsicht. Lass uns umdrehen. Hinter uns ist jemand. Oh, das bist du? Ich bekomme viel Schaden. Ja. Sauber. Vorsicht. Da schießt einer. Der hat diesen TNT-Bogen. Nice, ich habe ihn getroffen. Warte, wir müssen ihn abfangen. Ich könnte dich boosten. Ja, dann booste ich. Oh, nice. Vielleicht treffe ich ihn. Nee, treffe ich nicht. Ich treffe er dich, Leute. Das war ich. Ach, Mann. Scheiße. Fuck. Ich habe ihn. Ich nehme seine Items anstatt dir zu helfen. Ich weiß, es war nicht so. Oh, die Maschine. Du absolute Maschine. Ich habe eine Schutz 1 Brustplatte. Ich habe noch mehr Sterne. die mir bisher richtig viel geholfen haben. Ich habe auch irgendwie 7 Sterne. Ich habe noch Gladiator Potion mit Stärke und Absorption. Oh, gib mal. Gib mal allein mal ganz kurz. Ja. Ja, werfst du denn nicht. Du bist so ein mieses Schwein, Alter. It's a prank. Wie hast du mich gerade... Na Gott, Alter! Manuel! Ey, du... Mieses Schwein! Nein! Hilfe, Harald! Ja, ich bin doch da! Ich bin... Tot. Und das nur, weil du mich mit Items zugeworfen hast. Ja! Jetzt bin ich schön! Ja, natürlich, sonst wären wir nie mehr da gewesen. Oh, shit. Oh, shit. Ich bin langsam gemacht worden. Tut und tut. Ja, wo bist du denn? Ich bin hier bei den Mollucks. Oh, Gott. Lauf, 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 lauf einfach. Lauf einfach. Ich habe... Ich werde... Nein! Oh, Gott! Du bist so viel zu weit weg. Wie soll ich denn da rankommen? Keine Ahnung. Lauf einfach. Lauf, lauf, lauf. Irgendwie eine Kurve. Irgendwie eine Kurve. Ja, ich habe sie langsam gemacht. Ja, warte, warte, warte. Ich komme, ich komme, ich komme. Alter, Alter. Nimm sie weg, bitte. Pack sie weg. Ey. Ich habe Trank auf dich geschmissen. Vorsicht, da kommt dein Blanc. Ja, ja. Nimm ihn, nimm ihn. Ja, mache ich. Ich nehme ihn, ich nehme ihn. Nimm ihn, Alter. Ich nehme ihn hart. Ja, bitte. Vorsicht, da sind sie. Ist es ein Heier-Team? Ich bin auch gleich tot. Als ob, ja, renn, renn, renn. Er löscht sich. Komm, 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 nicht. Dich bekomme ich. Du miese Schwein. Du miese Schwein. Dich. Ja, 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 dem bekomme ich. Du bist jetzt wieder allein. Ich habe ihn. Oh, perfekt. Per, dass ich das überlebt habe. Das war ein Wunder. Das war das Wunder der Weihnacht. Wo, wo bist du? Ja, ich bin hier in so einem Wasserbassern mit so zwei Dudes. Ich helfe dir. Wo bist du? Wo ist das? Ah, da. Ne, das ist der Typ. Hä? Ah, okay. Ich komme zu dir. Ah, du bist da unten? Ja, ich habe einen weggerackt. Oh, warte, das bin ich. Keine Angst. Okay, hi. Heil dich. Über uns ist einer. Oh, hinter dir, hinter dir. Schöne Kombo. Komm, den bekommen wir. Ja, das ist in der Ecke. Schlag rein, schlag rein. Ich gehe auf den anderen. Okay, okay, okay. Ich verfolge den anderen. Was war das denn, Alter? Ja, ich habe ihn. Ich bleibe in der Mitte. Der eine hat sich selbst angezündet. Ja, ja. Ich laufe einfach durch. Wir brennen beide. Komm, lieber Richtung Mitte. Ja, warte, ich habe den einen hier. Wir müssen jetzt in der Mitte sein. Wir müssen jetzt in der Mitte sein. Achso, achso, wie, wie, wann? Jetzt, 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 den Moment. Ich kann gerade nicht gucken. Ich bin gerade vollkommen überfordert. 30 Sekunden, ja, alles. Ich werde sterben. Ja, ich bin tot. Ist komplett tot? Dann, dann, dann. Hä? Äh, es laggt, es laggt. Oh, ich bin dann auf dich gegangen. Hä? Ich sehe nichts. Bei mir lag es komplett. Als ob, Alter. Komm. Nein! Ja, ich habe gewonnen. Ich habe gewonnen. Alter, dann ruckelt noch der Server komplett. Als ob, Mann. Das war echt Junge. Och Gott, was ein Durcheinander. Diese ganzen Scheißsterne. Weißt du, ich dachte erst, was ist denn los? Ich werde ja voll belohnt. Ich bekomme auf einmal tolle Sterne, die mir was bringen. Und dann treffe ich nur dich. Obwohl einmal hat mir das, ähm, das Leben gerettet. Das war toll. Habe ich auch gefeiert. Ja, das war ganz geil, oder? Ja, finde ich auch. Dann bewerte den Part. Guckt in die Videobeschreibung. Da ist die Palette. Und, äh, ja, bis dann, Leute. Tschüss. Tschüss.